Wir sind jetzt nur mal zusammen gegangen, damit wir erstens da mal... Creeper, pass auf! Und, Alter? Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Minecraft-Projekt EasyWaO4. Hallo! Yo, wir werden heute ein bisschen Diamanten farmen, weil wir quasi dazu gezwungen sind, weil wir aktuell gegangen sind. Und alle anderen haben schon ca. 4 Folgen aufgenommen haben. Ja. Und er will jetzt mal gleich loslegen, oder? Ja, immer. Ja. Kann natürlich passieren, dass wir gesnipet werden, wenn wir im Markt eingegangen sind. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, Alter. Ja. Ich baue mal zu dir, ok? Mhm. Da bist du ja. Das nächste, oder? Ja. Ja. Wer da? Ja. So, wo bist du? Hey, wo bist du? Oh, wo bist du? Hölle. Du? Wo? Ei, ei, ei. Da unten bist du. Weg doch. Weg doch. Weg doch. Ist da eine Schlucht, oder so in der Nähe der Lava bei dir? Wo bist du? Geh. 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 Jo, Eisen hast du drin? Eisen habe ich glaube ich noch gar nicht So, Eisen Eisen Spitzhacke Hast du schon alles durchgeschaut? Eisen Spitzhacke, genau Na? Ja Egal, ich glaube ich baue mir einfach eine Verwertung, ob ich uns passt, oder? Ah, da ist Eisen Ok, warte, ich baue mir auch eine Eisen Spitzhacke Wir haben nicht Arzt für Holz Das stimmt Deshalb haue ich meine Spitzhacke, meine Arte noch gar nicht weg Rohmaden habe ich noch Ah ja Alles dann wurzeln So, mein Schock für LV Jaja, würd schon sagen Ok Ja, bei mir geht irgendwie gerade nicht so viel weiter, leider Weil ich ein bisschen vergessen habe, was ich ausgesehen habe Jetzt weiß ich nicht Wie, oh, schaut gut aus Sollen wir mit dem Eisen Eimer und Lava nehmen, oder lieber ignorieren und einmal Eisen Equipment machen, damit wir nicht One Hit von Creepern sind? Eisen Equipment wahrscheinlich, oder? Ja Ja Ich baue da gleich die Stufe auf du vorbei, ok? Ja Ja Darf wir unser Eisen Equipment machen? Ja Ganzes Ganzes, ja Ganzes, ja Natürlich zuerst die Brust Natürlich Natürlich Ich glaube, wir sind da ein bisschen oben noch Hier, du hast aber absichtlich trotzdem nur kurz immer Wenn wir zum Beispiel durchs Video skippen, ob ich Qualität habe, dann hat er schon mal weniger Wahrscheinlichkeit Oh, hast du Wasser Equipment eigentlich? Wenn du da oben gehst, gell? Ja Ja, wir sind direkt oben in Lava, oder? Ja Mal schauen Das ist ein bisschen kräftiger bei mir, oder? Wenn du da oben gehst, gell? Ja Du gehst irgendein Lava rein, ich will nur mal Ein Wind haben Cool Ja Eieiei, Wasser Equipment recht praktisch Hier waren die Herden mit Lava auch Ja Ja Das ist nicht so wichtig, ich lasse das auch so, gell? Das ist nicht so wichtig, ich lasse das auch so, gell? Ja Ja Ähm Ich muss halt aufpassen, das ist alles für Lava Ja Ja Ich bin schon auf Höhe 11, 10, 9, 10, 1, so habe ich noch, ja, 11, oder? Ja Ja Ich baue mal gerade aus, nur Damit nur dann die Seitengänge bauen können Ja Ja Ich bleue, ich hab ähm Ich hab eigentlich genug Holz, dass wir das Haken machen können, glaube ich Okay, du hast das Haken Ja, ich hab noch Ja, es wird jetzt schon rausreichen Hm Ja Natürlich wäre es jetzt praktischer mit der Dier Haken, das kann dir den ganzen Spaß machen Wenn wir jetzt bald haben, brauche ich nicht Aber es passt schon, ja Später müssen wir auf jeden Fall noch Zucker raus holen, habe ich noch Hausdusche, Zucker auch Philipp? Äh, 6 Okay, okay, das reicht nochmal für den Verzauberstisch, dann können wir schon mal bot eins machen Ja Ja Es ist nicht so verkehrt Es reicht schon mal Und Äpfel habe ich gar keine und du Und Ja Ja Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch Pfeffer holen Soll ich eins mitnehmen noch? Ja So wie zu dir auch gefunden? Ja Aber Lava ist natürlich Ja Nimmst du? Nimmst du? Du kannst eigentlich alles mitnehmen, vor allem? Ja, glaube ich nicht Ach okay Du könntest natürlich bei dem Lavasee da schauen, ob da Diamanten oder so sind, aber natürlich aufpacken Nimmst du? Nimmst du? Nimmst du? Nimmst du? Ja Wir spielen eigentlich, wir dürfen ja laut den Regeln nur zwischen 16 und 22 Uhr spielen Und wir spielen gerade so um 17 Uhr plus Ja Und es eigentlich sollten jetzt ziemlich viel Leute online sein und snipen und alles Aber es macht anscheinend gerade keiner Irgendwie noch Und meine Spitzhacke ist glaube ich der Kapuz Sollen wir mit der Star Spitzhacke weiter bauen oder? Nein, ich kaufe Äh Alles Genau Okay Mach ich gleich Da Ich kann auch mit Eieiei Jetzt müssen wir es nicht fixen Okay, das habe ich noch nicht Ich steuere doch alle Kisten her, gell? Okay Ich enthau nur die Input rein So schön Aber das hast du das gebraucht und das ist das witzige Ich schreibe aber wir können auch noch brauchen Du kannst einen anderen brauchen Und den kannst du nicht mal Ja Und Entweder ich habe keine Sticks mehr 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 Egal Wie war das? Das war das Immigode nicht so schnöre, oder? Was ist denn das? Hier kommt die Zombie, die Immigode hier, oder? Ja genau. Ich baue nur geradeaus. Bin ich schon weit geradeaus? Ja. Das Interessante ist, dass wir nur beim geradeaus bauen, gefühlt, keine jemanden empfinden. Ja. Das Interessante ist, dass wir nur beim geradeaus bauen, gefühlt, keine jemanden empfinden. Und auch keine Höhle oder so. Nein. Es ist ja praktisch, dass du gerade deinen Livestream schaust. Siehst du gerade so, was du so machst? Geil. Es ist schon irgendwie witzig. Ja. Ich habe keine Verzögerung eingestellt. Das macht es natürlich besser. Lieber es auch wieder. Lord. Es ist aber eine Spurverzögerung. Ja, Spur würde ich schon sagen. Ja. Aber es ist nicht gut. Soll ich mal Seitengänge bauen oder lieber nicht? Oh, ich fahre. Okay, okay. Ja. So. Fünf Minuten haben wir noch. Ich weiß so nicht, ob ich fünf Minuten ausbauen soll. Wieso haben wir beim Streetmeyer nicht so früh? Ja, das ist nicht so. Bei UHC-Run habe ich gelernt, dass man nie Streetmeyer zu wollen. Seitdem finde ich viel mehr Diamanten. Ja. 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 Ich würde erst Diamantenschwert und ein Bier akklinieren. Ja. 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 Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ähm. Das ist echt falsch. Und da ich schon mal mache. Geschmack sind. Ja, wir haben jetzt oft unsere Kalinaten gezahlt, aber ich glaube, bei dem Varun ist dann halt nicht etwas krank, außer der Steve, der ist der Einzige, was er machen will. Aber natürlich nicht. Es ist irgendwie ziemlich ruhig für Varun, und dadurch versuchen wir das Ausbau und kein Lava, kein Diamant und keine Höhle, komm, das passiert bei mir nicht gut. Wenn ich so weitermache, bin ich gleich bei der Borne, wie soll ich sagen? Wahrscheinlich bauen wir uns gerade direkt zum Spawn. Ich nehme immer Redstone für die Level mit, weil ich glaube, da brauchen wir noch einiges. Ja, genau. Außer wir gehen dann in die Nether-Level-Farmen, dann brauche ich das nicht machen. Oh ja. Soll ich mal zu dir kommen? Ich habe nämlich auch Eisen, oder? Ja, dann kommt sie mir. Ah, warte, ich schmelze mir auch noch zu Serverns. Dann ist sie mal zu dir Streetman. Okay, ja, kommen wir mal zu dir Streetman, oder? Ja, ich hook aber zu dir. Wie geht es heute mit dir? Ja, da ist schon Streetman. Ja, ich glaube hier. Ja? Ja, okay. Ja, ich will dir einen schmelzen. Der schmelzt für dich. Und so. Gibt immer zwei, oder? Aufschneid. Ja. Tag, 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 Tag. Das gibt's ja net, das ist bei Cartier, Mann, oder? Ja, glaubt mir immer, so. Und man braucht nur Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Hab, du gehst gleich raus, oder? Ich habe schon zwei Smarakte angefunden, ich finde es ja normalerweise nicht, aber ich kann es nicht einmal abbauen. Du hast mich stark. Ja, ich habe ein bisschen schmerzhaft erst. Hey, was ist sonst von mir? Oh, ja, ich habe zwei Minuten noch, wo wir noch etwas Spezielles machen. Ich habe noch ein bisschen. Na, hier. Jetzt. Gold braucht natürlich auch wie Gold einen Äpfel. Aber jetzt wisst ihr ja alles schon. Nein, 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 nein. Hm. Äh, Iron, wie ist die? Was du schon equipt gemacht, Iron? Oder, warum habe ich das Spiel? Okay, ja. Ich baue mir mal an die Brust, gell? Mhm. Und ich baue mir gleich zwei einen Diener. Zum Minern. Ich habe zwei Spielzeiten. So. Ich baue jetzt noch die Liste ab. Und da. So. Dann suchen wir mal in eine andere Richtung. Schau mal, da steht ja Boah daneben, gell? Ja. Und bei unserem Weg irgendwie geht es nicht weiter, oder? Irgendwie. Mhm. 30 Sekunden haben wir noch. Wollen wir jetzt zusammen gehen, oder? Oh. Sollen wir zurück machen. Sollen wir nicht. Nicht schlecht. Ja. Es ist wie aus dem Nichts erschienen. Ja. Irgendwie hat es nichts verschmitten. Das ist ja nicht immer falsch. Brauchen wir das eigentlich? Genau. So, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, es ist wie die Gefahr abgeben. Ja. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr vergessen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.